Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay, eins nach dem anderen. Tja, ich geh wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Danke, Gaia. Dann werden wir wohl Silence' Waffe nicht benutzen. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elisabeth.